Die Abtei Fontenay ist ein im Jahre 1118 von Bernhard von Clairvaux gegründetes Cistercienser-Kloster in Frankreich, das seit 1981 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Lage Die Abtei Fontenay, eine der bedeutendsten in Burgund, liegt im Département Côte d'Or, etwa 60 Kilometer nordwestlich der Stadt Dillon, etwa 6 Kilometer von Montbad entfernt, in einem entlegenen ursprünglichen Bachtal. Sie besitzt die älteste erhaltene Cistercienser-Kirche. Die Lage entspricht der cisterciensischen Tradition, Klöster in entlegenen Tälern an einem Wasserlauf zu errichten. Da Fisch als Hauptbestandteil der Kirche der Cistercienser galt, gehören zu Teichen aufgestaute Bachläufe häufig zum Erscheinungsbild von Cistercienser-Abteien. Durch die umgebende Wildnis konnte eine Ablenkung und Versuchung durch die weltlichen Geschäfte der Städte und Dörfer vermieden werden. Die Landstraße D32, die von Marmanier nach Toulion führt, verbindet heute das ehemalige Kloster mit der Außenwelt. Geschichte Fontenay wurde im Jahr 1118 vom heiligen Bernhard von Clairvaux als Tochterkloster der Primarabtei Clairvaux im Tal von Marmanier gegründet. Der Bau ist ein Manifest der strengen cisterciensischen Romanik und entspricht weitestgehend dem Originalzustand. Fontenay entwickelte sich schnell zu einem führenden geistlichen Zentrum der Region. Die Mönche fertigten wertvolle Handschriften und erzielten Erfolge in der Medizin und Heilkunde des Hochmittelalters. Im 13. Jahrhundert wohnten hunderte Mönche in Fontenay. Mit der Französischen Revolution 1789 endete das Klosterleben. 1791 verließen die letzten neun Mönche Fontenay. Nach dem Verkauf wurde eine Papierfabrik in den Gebäuden der Abtei eingerichtet, die Basilika war zusehends von Verfall bedroht. 1906 kauften die wohlhabenden Gebrüder Eduard und René Einnauer die gesamte Abtei und begannen mit der aufwendigen Restaurierung, die bis heute andauert. Nur den Bemühungen der Einnaz ist es zu verdanken, dass Fontenay in seinem wiederhergestellten Zustand im Jahr 1981 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Im Jahr 1997 feierte Fontenay den 850. Jahrestag der Weihe seiner Klosterkirche. Aufbau Die Abtei gliedert sich in die Bereiche der Basilika, des Klosters mit Dormitorium, Refektorium und Kapitelsalb des Abtspalastes, der Wirtschaftsgebäude und der klösterlichen Gärten. Basilika Die Abteikirche wurde von 1139 bis 1147 errichtet. Seit ihrer Weihe durch Papst Eugen III. 1147 hat die Basilika nur geringfügige Veränderungen erfahren. Die Fassade wird von sieben Rundbogenfenstern, der symbolischen Zahl der christlichen Tradition, durchbrochen, oben von drei, unten von vier Fenstern. Das hat nicht nur architektonische Bedeutung. Die drei, die durch keine andere Zahl teilbar ist, ist die klassische Zahl der göttlichen Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die drei steht für das Umfassende, die Heiligkeit und Vollkommenheit, für die Welt des Geistlichen. Eine weltliche Stadt ist auf künstlerischen Darstellungen des Mittelalters vornehmlich durch vier Arkaden gekennzeichnet. Das himmlische Jerusalem immer durch drei Arkaden. Die vier ist eine ganz zentrale Symbolzahl, und zwar steht sie ganz allgemein für den Bereich des Weltlichen. Zunächst gibt es im Mittelalter die Einteiligung der Materie in die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Dann gibt es im menschlichen Leben vier Kardinaltugenden, die vier Temperamente, die vier Kirchenväter, die vier Himmelsrichtungen, die vier Enden der Welt, die vier Tageszeiten und so weiter. So viel zur Zahlensymbolik. Dem Ordensideal folgend sind die Zisterzienser Kirchen und das sieht man hier an der Fassade von Fontenay einfach streng und klar. Die Regeln des Ordens verboten Türme, nur Dachreiter und die kleine, schon um vier Uhr morgens zum Gebet rufende Glocke waren erlaubt. Figürlicher Kapitelschmuck, skulptierte Portale und Ornamentik waren ebenso untersagt wie buntfarbige Fensterverglasung. Darin stehen die Zisterzienser in schärfstem Gegensatz zur gleichzeitigen romanischen Baukunst, vor allem zu Cluny. Und das machte sie später zu Mitverbreitern des gotischen Stils in seiner asketischen Version. Dieses Schema lockerte sich später auf und es wird sich etwas wiederholen, was in Cluny, dem Ausgangsort der Bewegung, ebenfalls geschehen ist. Die anfängliche Askese konnte nicht durchgehalten werden. Die achtochige Kirche ist 66 Meter lang und 16,70 Meter hoch. Zur Atmosphäre dieser Kirche passt es sehr gut, dass keinerlei Sitzbänke und ähnliches den Innenraum zu stellen und dass es eigentlich auch keinen Fußboden gibt außer festgetretenem Lehm. Der originale Eindruck des 12. JHS ist vollständig erhalten geblieben. Das Mittelschiff von Fontenay wird, wie in Cluny 3, bis zum Chor von der burgundischen Spitztonne auf mächtigen Quergürten überwölbt. Aber eine Fensterzone fehlt. Die Beleuchtung erfolgt durch die Seitenschiffe und die dichten Fenstergruppen an der Eingangswand, an den Chorwänden und an dem Querschiffenden. Das Innere blieb entweder steinsichtig oder wurde verputzt und mit weißen Fugen bemalt. Der einzigen zulässigen Farbe, auch die Gewänder der Zisterzienser waren farblos. Sonst erhielt der turmlose Bau weder plastischen noch malerischen Schmuck. Dafür war die Behandlung des Steins außerordentlich sorgfältig und sauber und damit auch teuer. Teilweise konnte ohne Mörtel gemauert werden. Diese asketische Einfachheit fand außerordentlichen Zuspruch. In kürzester Zeit verbreiteten sich zusammen mit dem Orden die Bauformen der Zisterzienser über ganz Europa. Ihre ersten Bauten waren noch aus Holz errichtet. Erst in der zweiten Ordensgeneration unter Bernhard von Clairvaux entstanden Steingebäude. Die erhabend schlichte, dreischiffige Basilika hütet die überlebensgroße Steinstatue der Madonna von Fontenay aus dem 13. Jahrhundert. Im Kurs, der sich hinter den hohen Säulen erstreckt und der einst über eine kleine Empore verfügte, von der aus gehbehinderte Kranke den Gottesdienst verfolgen konnten, ohne die Stufen vom angrenzenden Krankenseil hinabsteigen zu müssen, sind Grabplatten burgundischer Adliger aus dem 13. Jahrhundert, der Blütezeit der Abtei erhalten. Ebenfalls aus dem 13. Jahrhundert stammt der gotische Alter, Dormitorium. Vom südlichen Querhaus aus gelangt man über eine Treppe nach oben in das Dormitorium in den Schlafsaal der Mönche, der immer über dem Kapitelsaal liegt. Er ist 56 Meter lang. Das Gebelg ist aus Eichenholz und stammt noch von ca. 1450. Die Mönche schliefen in dem unbeheizten, schwach beleuchteten Raum auf Strohsäcken unter einer Wolldecke und waren kaum getrennt voneinander. Es bestanden nur zwei durch einen Mittelgang getrennte Reihen. Innerhalb dieser Reihen waren die Liegeplätze lediglich durch einfache, niedere Scheidewände getrennt. Im Verlauf des Mittelalters wurden allerdings bei den Zisterziensern höhere hölzerne Trennwände zwischen die Betten gestellt. So entstanden offene Kabinen, die gegen den Mittelgang immerhin durch Vorhänge abgeschlossen waren, also wenigstens eine gewisse Privatheit erlaubten. Seit dem 15. Jahrhundert waren auch Türen mit Guckloch erlaubt. Die jüngeren Brüder schliefen zur Kontrolle häufig zwischen den Älteren. Der Abt sah nach, ob sich in den Betten kein Sonderbesitz befand, der gegen das Armutsgebot verstieß. Anfangs war es üblich, dass nach der Benediktinerregel alle Mönche in einem Raum gemeinsam schlafen sollten, so dass das Dormitorium sehr groß werden konnte, manchmal größer als das Kirchenschiff. Später kam es deshalb zu Abweichungen dieser Regel, aber die Mönche verbrachten auch dann zumindest in Gruppen zu 10 oder 20 die Nacht. Meistens hatten die Schlafseele zwei Zugänge, einen unmittelbar zum Querhaus der Kirche, den zweiten zum Klosterhof oder zu den Latrinen. Das Licht sollte bei alledem nie ausgehen, Dunkelheit erzeugt Angst und erschwert die Kontrolle. Weitere Teile der Anlage Als Meisterwerk der Romanik gilt der Kreuzgang, der sich um einen begrünten Hof schließt und der über exzellent bearbeitete Kapitelle verfügt. Der anschließende Kapitelsaal, in dem einst Rat und Gericht gehalten wurde und in dem die Geistlichen sich austauschten oder ihre Studien betrieben, kündigt durch einige Formen an Säulen und Fenstern bereits die Gotik an. Der einzig dauerhaft beheizte Raum des Klosters war der Schuffahr, den man hauptsächlich für Schreibarbeiten nutzte, da er über zwei gewaltige Kamine verfügt, an denen sich die Mönche wärmen konnten. Die nach alten Vorbildern restaurierten Kräutergärten begrenzen den Krankensaal, in dem die Kranken der Region versorgt wurden, und die Schmiede, die mit ihrem riesigen, per Wasserrad angetriebenen Fallhammer eine wichtige Einnahmequelle des Klosters darstellte. Im 15. Jahrhundert entstanden der kuriose Taubenturm, der auf das Jagdrecht der Mönche verwies, und der Hundezwinger. Der im verspielten Stil des Rokoko gehaltene Abtspalast aus dem 18. Jahrhundert dient heute der Familie Einauert als Wohnsitz. Film, Dokumentation von Kurt Feirabend und Werner Brüssau von 1995 in der Reihe Schätze der Welterbe der Menschheit.